Das Miniatur Wunderland in Hamburg ist die größte Modelleisenbahnanlage der Welt. Sie befindet sich in der historischen Speicherstadt und wird von der Miniatur Wunderland Hamburg GmbH betrieben. Auf der 1490 Quadratmeter großen Anlagenfläche liegen insgesamt 15,4 Kilometer Gleise. Stand Oktober 2016 im Maßstab 1 zu 87 nennen Größe Eisenbahn H0 entspräche in der Realität etwa 1.340 Kilometer Gleise, auf denen rund 1.040 digital gesteuerte Züge verkehren. Miniatur Wunderland Die größte Modelleisenbahn der Welt. Das Miniatur Wunderland Hamburg ist ein einziger Superlativ. Die Welt im Maßstab 1 zu 87 wächst stetig und lockt jährlich über eine Million Besucher in die Speicherstadt. Dabei verzaubert die Ausstellung nicht nur Modellbahnfreunde. Und das Mibula ist Deutschlands beliebteste Sehenswürdigkeit. In der Hamburger Speicherstadt gibt es in der Krötenmodelleisenbahnanlage der Welt vieles zu entdecken. Jetzt wird die Miniaturwelt noch ein Stückchen größer. Der neue Bereich Italien wartet darauf, entdeckt zu werden. An die 930 Züge mit nahezu 14.450 Waggons sowie 228.000 Bäume, 215.000 Figuren, 8.850 Autos, 13.000 Meter Gleis, 3.660 Häusern und Brücken wurden von 230 Mitarbeitern in über 580.000 Arbeitsstunden liebevoller Kleinstarbeit aufgestellt. In dieser Modellbaulandschaft der Superlative sehen Sie realistische, komplett vom Computer gesteuerte, Zugabläufe. Selbst Tag und Nacht wird es in der Eisenbahnwelt und das sogar alle 15 Minuten. Neuerdings präsentiert das Miniatur-Wunderland die HafenCity Hamburg und die Elbphilharmonie im Kleinformat. Freuen Sie sich auf das wohl kleinste Konzerthaus der Welt. Freuen Sie sich auf das wohl kleinste Konzerthaus der Welt. Freuen Sie sich auf das wohl kleinste Konzerthaus der Welt. Freuen Sie sich auf das wohl kleinste Konzerthaus der Welt. Freuen Sie sich auf das wohl kleinste Konzerthaus der Welt. Freuen Sie sich auf das wohl kleinste Konzerthaus der Welt.